Hallo, hier ist Christoph von Tabtech.de. Wir sind hier am ASSIS Pad Phone 2 Event hier in Mailand und hier haben wir das neue Pad Phone 2. Es ist wesentlich schlanker geworden, sehr, sehr leicht. Es wiegt nur 649 Gramm mit dem Smartphone und dem Tablet Dock. Das heißt, es ist leichter wie ein iPad 3 oder viele der anderen Tablets, die auf dem Markt sind. Wir sehen hier ein 10,1 Zoll Display mit einer Auflösung von 1280x800 und auf der Hinterseite ist das Pad Phone angesteckt. Allerdings nicht mehr so wie es früher war im Landscape Mode, sondern horizontal. Wir können es hier einfach rausziehen, es gibt keine Klappe. Der Mechanismus ist auch sehr, sehr gut. Ich kann das hier schütteln oder was auch immer machen. Es bleibt drinnen und fliegt nicht heraus. Das Pad Phone selbst, quasi der Motor des Ganzen, ist sehr schön. Vom Design her ähnlich dem alten. Hier auch mit diesen zentrischen Kreisen auf der Rückseite. Das Ganze ist gleich wie beim ersten aus Plastik. Fühlt sich allerdings trotzdem sehr, sehr hochwertig an. Und von der Oberfläche, das Gerät liegt einfach sehr gut in der Hand, auch mit diesem 4,7 Zoll Super IPS Plus Display, das eine Leuchtdichte von 550 Nits bereitstellt. Wir sehen hier das Display wirklich sehr, sehr schön von den Farben. Auch die Betrachtungswinkel sind hier wirklich genial, wie man das hier auch sehen kann. Von der Geschwindigkeit. Wir haben einen neuen Cortex A15 Snapdragon S4 Pro Quad-Core Prozessor, der sehr stark ist. Wir haben hier bereits einige Benchmarks laufen lassen. Im Quadrant-Pandard-Benchmark bringt er zum Beispiel 7500 Punkte, was bisher der höchst gemessene Wert ist, den wir jemals auf so einem Smartphone oder Tablet gesehen haben. Wir können auch mal kurz in den Browser gehen oder in die Galerie, ein Video starten. Wir sehen hier, das Bild ist super schön. Oder wir starten einfach mal die 13 Megapixel Kamera, die hier auf der Rückseite ist. Das ist übrigens eine Sony-Linse. Und man kann hier bis zu 100 Fotos schießen, mit 6 Frames pro Sekunde. Man sieht hier den Zähler, der ist hier bei 40 Bildern bereits. Und die Fotos sollen alle in sehr guter Qualität sein. Möchten wir die mal wieder löschen? Ja, hier ein paar Testfotos findet ihr dann auf tabtech.de. Gehen wir kurz in den Browser, damit ihr auch die Performance seht. Leider hier das Wi-Fi relativ schlecht. Aber wenn wir hier die Seite scrollen, ihr seht hier, das läuft wahnsinnig flüssig. Hier auch Pinched to Zoom. Noch läuft hier Android Ice Cream Sandwich. Allerdings sollte es ein Update auf Android Chalipin in Kürze geben. Der Preis liegt bei 799 Euro für die 32 Gigabyte Variante inklusive Tablet Dock oder 899 Euro für die 64 Gigabyte Variante. Der Akku sollte erhalten 16 Uhr über 3G Gesprächszeit, 13 Stunden für Wi-Fi Browsing bzw. 9 Stunden für Video Wiedergabe und 11 Stunden Standby Zeit. Und das ist nur vom Pad Phone 2. Weil mit dieser Tablet Dock selbst sollte das Ganze dann dreimal so lange halten. Also hier eine gute Kombination und vor allem auch gelungen, dass es hier nicht mehr irgendeine Abdeckung gibt, sondern man steckt das einfach rein. Und ich kann schon das Tablet selbst benutzen. Ich sage danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.